So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine kleine Infofolge zu Pokemon Go, ich kann nicht mehr. Was macht Niantic denn da? Jetzt habe ich gedacht, hä, was ist denn hier und da und jenes und dabei ist alles da, es ist nur woanders, es ist irgendwie, Niantic baut um? Ich glaube, Niantic baut gerade um, das muss man schon sagen. Die Leute haben die ganze Zeit gewartet, dass die News kommen, ich habe also immer zu den Tab Neuigkeiten aktualisiert auf der offiziellen PokemonGoLive.com Seite, das war meine Anlaufstelle. Denn hier in den Neuigkeiten war ja immer alles gepostet, was neu ist, Stück für Stück ist hier immer was dazu gekommen, plötzlich ist das aufgetaucht, oh mein Gott, dann hier und dann nichts und dann plötzlich das, Begrenzte Forschung, obwohl wir alle gewartet haben auf die September News, dann kommt Update zur Go-Kampfflieger und wieder nichts und auf einmal taucht dieses Bild auf. Dieses Bild haben wir gestern auseinandergenommen, ich habe schnell noch eine Folge gedreht, dass ich vorgestellt habe, eben den begrenzten Forschungstag mit Iskala, wer das nicht gesehen hat, kann sich das noch angucken. Dann haben wir versucht zu gucken, was ist jetzt hier was. Das ist eigentlich alles auf einem, aber irgendwie ist alles auch voll klein, man muss genau hingucken, alles ist englisch und hier waren die ganzen Pokemon, hier waren die ganzen Spotlights drin, was wir sonst so kennen, auf einer richtig tollen Übersicht. Denn wenn ich hier einen Artikel ausgewählt habe, sah das dann ungefähr so aus, ihr habt ein schönes Bild gehabt, ihr habt den Zeitraum gehabt, von wann bis wann das stattfindet, alle Boni standen dabei. Dann stand immer der Feldforschungsdurchbruch zum Beispiel, ist jetzt keiner, aber es standen die wilden Pokemon dabei, die es dann gibt, es standen die Raids dabei, die es gibt. Und auch für den ganzen September habe ich sowas erwartet, dass man genau sieht, von da bis da ist das in den Raids, von da ist das, das und das in die Spotlights hin und her. Ja, das fand ich schön, das war richtig toll, an sowas habe ich mich gewöhnt. Jetzt habt ihr theoretisch das für den ganzen Monat und ich finde es halt total unübersichtlich und merkwürdig. Und mir ist aufgefallen, was sind denn eigentlich die Boni für die komplette Jahreszeit? Habe ich auch nicht gesehen. Jetzt ist auf einmal das aufgetaucht, wenn man das zumacht, sieht man, dass hier oben drüber ein anderer Punkt noch ist. Wir kommen in der Jahreszeit des Lichts. Wenn du da drauf drückst, kommst du hier hin und hier hast du plötzlich mehr dazu stehen, was hier auch steht, diese einzelnen Events, die alle auf Englisch hier stehen. Und wir kennen dann auch die Boni von der kompletten Jahreszeit, die immer laufen. In der letzten Jahreszeit hier hatten wir ja zwei Spezialtrades pro Tag zum Beispiel, als ganz besonderes. Das fällt jetzt weg. Dafür wird man jetzt wieder zwei Grades Rate-Passe pro Tag bekommen, was ich richtig stark finde. Und ich habe einen Kommentar gelesen gestern, der meinte, man kann auch, wenn man hier bei den Neuigkeiten ist, hier oben bei den Jahreszeiten direkt drauf drücken. Denn da war das gestern schon drin, dass du diese Übersicht hast mit diesem Pokémon. Also das, was sie jetzt als Extrapunkt hier oben gemacht haben, jetzt haben die das hier oben hingemacht, das konnte man gestern schon einsehen. Für mich, ich hätte es jetzt erst mitgekriegt, weil ich es jetzt erst hier sehe. Aber die aufmerksamen Zuschauer haben ja gesagt, bei Jahreszeiten steht schon alles drin. Ich habe bisher noch nie auf Jahreszeiten gedrückt, muss ich ehrlich sagen. Aber hier ist nochmal alles zur kompletten Jahreszeit. Und es gibt auch ein großes Update zur GBL, zur Go-Kampf-Liga. Das wird aber auch ewig dauern, das alles uns anzugucken. Deswegen, das werde ich kurz überfliegen. Und dann, und das jetzt auch, damit wir dann fertig sind, wo man sonst ein Video braucht, braucht man jetzt schon drei Videos, weil es einfach irgendwie umgebaut ist. Es wird also keinen Event-Kalender in dem Sinne mehr geben, denke ich. Weil sie das alles in der Jahreszeit jetzt mit einbringen und da einen eigenen Kalender aufzeigen. Den zeigen wir euch auch gleich. Willkommen in der Jahreszeit des Lichts, also 1. September bis 1. Dezember. Jetzt habe ich letztens auch gesagt, das ist September, Oktober, November. Und Tobi war das wieder. Tobi, na warte. Hat gesagt, nee, nee, der Dezember wird da auch noch drin sein. Die machen doch nicht wegen einem Monat extra eine andere Jahreszeit. Wie wir sehen, doch, weil es steht ja extra hier, es ist bis 1. Dezember. Am 1. Dezember, 10 Uhr, gibt es also wieder eine andere Jahreszeit. Für Dezember, Januar, Februar. Also drei Monate haben sie wenigstens beibehalten. Drei Monate Jahreszeit. Und es stand ja auf dieser komischen Übersichtsgrafik was von einem Special Research, was drei Monate auch läuft. Ich wusste gar nicht, was soll das heißen und was geht's da? Hier steht natürlich mehr. Lernen das Nebula-Pokémon Kosmok kennen. Professor Willow ist zurückgekehrt. Er hat ein geheimnisvolles Pokémon entdeckt. In der Jahreszeit des Lichts erwarten euch neue Abenteuer. Und das legendäre Pokémon Kosmok begleitet euch. Baut eine Bindung zu Kosmok auf. Und findet mehr über das Kind der Sterne heraus. Das erinnert mich ein bisschen an die Jahreszeit des Schabernacks. Wo man dann eben auch Huppa bekommen konnte. Also Hoppa. Weil da gab es auch in diversen Monaten immer eine Forschung, die sich weitergesponnen hat. So viele Kapitel. Aber du konntest nur so einen Teil machen in dem einen Monat. Im nächsten Monat ging es ein bisschen weiter. Im nächsten Monat ging es ein bisschen weiter. Und das wird jetzt ja auch gemacht. Mit Kursburg. Spezialforschung zur Jahreszeit des Lichts. Abholbar von Donnerstag, den 1. September bis Donnerstag, den 1. Dezember. Im Laufe der Jahreszeit werden weitere Abschnitte der Spezialforschung freigeschaltet. Behaltet diese also stets im Auge. Am 1. September morgen geht es also direkt los. Und ihr könnt die ersten Teile dieser Spezialforschung machen. Und dann am 5. Oktober und am 23. November wird weiteres freigeschaltet. Wie eben bei Huppa. So. Jetzt wissen wir also auch, was das bedeutet hat auf dieser englischen Grafik, was da am Rand stand. Konnte ich gestern nämlich nichts mit anfangen. Galaktischer Himmel. Behaltet den Horizont im Blick. Im Laufe der Jahreszeit werden immer wieder galaktische Himmelsphänomene zu sehen sein. Wird mir wahrscheinlich gar nicht auffallen. Thematisch passende Avatar-Artikel. Im Shop gibt es Artikel im Kurs Smorg-Design für euren Avatar. Wer wollte nicht schon immer mal so eine super Mütze haben? Ich nicht. Thematisch passende Sticker. Das lassen wir gleich weg. Die können da behalten. Events. Wer irgendwas sehen will, der muss im Prinzip immer jetzt nur noch auf diese Seite. Weil alle Events, die jetzt bekannt sind, zu denen es auch eine Extra-Seite gibt. Wie zu dem Forschungstag mit Iskala. Würdest du dann also hier extra wieder so ein Feld geben. Und du kannst immer über diese Seite auf alle anderen Sachen, die in diesen drei Monaten zurückkommen, da drauf zugreifen. Ich weiß nicht, inwiefern dann trotzdem in die Neuigkeiten ein Artikel kommt. Aber gut, der muss ja da kommen, damit er verlinkt werden kann. Hier. Aber das hier, dieser Kalender, der wird wohl nur noch hier sein, in den Jahreszeiten. Denn das soll jetzt der September-Event-Kalender sein. Der aber nicht den ganzen Monat zeigt. Ihr zeigt euch immer genau einen Tag. Und so seht ihr dann am Donnerstag, dem 1. September. Das sind noch die Raid-Kämpfe aufgelistet. Dioxys, Normalangriff, Verteidigung, Initiative. Und Meditalis im Feldforschungsdurchbruch. Also ihr seht genau, wenn ihr an diesem Tag Pokémon spielt, dann wollt wissen, was an diesem Tag in Pokémon überhaupt los ist. Dann könnt ihr jetzt hier drauf drücken, wenn ihr das irgendwann irgendwo findet. Und wisst genau, dass das alles gerade da in dem Raid ist. Und wenn ihr auf den 2. drücken wollt, dann seht ihr, wow, am 2. September ist alles noch genauso. Alles, wo was Besonderes ist, ist hier oben so ein rosa Punkt. Beziehungsweise habt ihr ja hier eh einen Pfeil, der euch, wenn ihr hier bei der 1 seid und drückt auf den Pfeil, direkt zu dem nächsten Punkt. Ne, macht's auch nicht. Ich hab jetzt gedacht, das schiebt euch zu dem nächsten Punkt. Ne, ihr müsst also gucken und die Augen aufhalten. Wenn da ein Punkt ist, ist da was Besonderes. Wir drücken also hier auf die 3. Da ist ja ein Punkt mit dabei. Und dann seht ihr, ah, an diesem Tag am Samstag ist also ein Event begrenzte Forschung mit Iskala. Ja, die Raidkämpfe sind aber die gleichen. Der Forschungsdurchbruch ist auch der gleiche. Hm, dann gehen wir mal, switchen wir mal die Seite weg. Sind jetzt hier hinten plötzlich schon auf der 10. Die 10 ist viel zu weit, weil wir sind ja eigentlich, müssen wir erstmal gucken, was ist denn bei der 6 Raidkämpfe. Die 10 Stunden mit Somniam. Wow, da steht also wirklich ja alles dabei. Aber irgendwie müsst ihr viel mehr suchen. Und ich finde, es ist viel unübersichtlicher. Es ist zwar okay, ja, man weiß ja, immer wenn ich auf Dienstag, immer wenn ich den nächsten Dienstag suche, und den nächsten Dienstag, und den nächsten Dienstag, dann hab ich die Rampenlichtstunde. Aber ihr seht wirklich nur diese eine Rampenlichtstunde, weil ihr nur diesen einen Tag seht. Auf dieser schönen Übersicht damals, auf dieser Seite, habt ihr einfach alle vier nebeneinander stehen gehabt, mit Pokémon und Zeug. Hier sehen wir auch, dass am 6. aber auch das Psychospektakel startet. Das sind nämlich jetzt auch die deutschen Namen von den Events. Psychospektakel, 6. September bis 12. September. Der Rest bleibt auch wieder gleich. Am Mittwoch, alles klar, Mittwoch ist Rage-Stunde. Wissen wir ja. Was ist jetzt schon wieder? Es hängt. Ich kann nichts mehr bewegen. Nein! Jetzt bewegt sich's wieder. So, wenn ich auf Mittwoch drücke, boah, ist das... Rage-Stunden, Dioxys, alle Formen sind drin. Das Psychospektakel läuft noch. Der Feldforschungsdurchbruch ist gleich. Donnerstag, 8. September. Was haben wir da? Feines. Wir drücken drauf. Es hängt. Schon wieder. Oh mein Gott. Jetzt lädt es. Ich hab doch noch mal eine Übersicht. Da steht alles drin. Das sieht doch alles gut aus. Was ist denn jetzt mit Donnerstag? Nichts. Donnerstag ist kaputt. Nayendik, jetzt hat Nayendik die Seite auch noch mitgenommen, dass man noch wirklich gar nichts mehr sieht. Hallo. Jahreszeit des Lichts. Ich sag's euch. Da ist mir was aufgegangen. Psychospektakel, Events, nix, verstehe ich nicht. Weil das Psychospektakel noch läuft, deswegen ist immer noch hier ein Punkt dran. Oder was soll mir das sagen? Das heißt, wenn ich auf die 9 drücke, würde sich auch nichts tun. Wenn ich auf die 10 drücke, kommen die... Oh, jetzt. Boah, ist das... Du musst ja förmlich danach suchen, wann mal wirklich irgendwas anderes ist. Wenn du hier nach diesem Kalender gehst, die 10. Pipi-Party. Das klingt nicht nur seltsam. Ist es bestimmt auch. Zum Psychospektakel gesellt sich die Pipi-Party dazu. Also, zieht euch was an. Was frisches. Nehmt Wechselklamotten mit. Die Pipi-Party. Gibt's noch nix dazu. Wird bestimmt noch was veröffentlicht. Klingt auf jeden Fall auch total seltsam. Dann kommt ja der 11. Was haben wir am 11.? Ein Raid-Tag mit Dioxys. Ein Raid-Tag am 11. September. Am Montag. Nix. Dienstag. Rampenlichtstunde. Trassler. Mittwoch. Noch keine Einträge. Noch keine Raid-Kämpfe eingetragen. Nix. Das ist ja dann. Dioxys ist ja wieder weg. Es kommt ja eigentlich ein Duo rein. Was wir ja noch nicht kennen. Der nächste Punkt ist bei. Ach, hier ist ja gar kein Punkt dran. Genau. Der nächste Punkt ist bei Freitag. Nerven aus Stahl. Würde ja also passen. Dass zusätzlich zu dem Duo was reinkommt. Also mega stolz mit reinkommen. Ja, jetzt haben wir hier Nerven aus Stahl. Startet am 16. Ja. Dann am 17. Ist. Entweder nix. Oder es hängt wieder. Man weiß es nicht genau. Am 18. Hier habt ihr den Community Day im September. Was auch noch nicht angekündigt ist. Die Raid-Kämpfe, die wir nicht wissen. Montag ist immer noch. Die Raid-Kämpfe. Und ich merke schon. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich fand das viel schöner. Dass es einfach so. So eine schöne Seite war. Und einfach alles auf einer Seite zu sehen. Also Rampenlichtstunde Stolunio haben wir ja abgeklappert hier. Dann das passt, das passt, das passt. Wo ist das nächste Event? Hier ist die Safari-Zone. Die hat ja auch einen extra Artikel am 23. Okay, das passt auch. Samstag ist wahrscheinlich wieder nix. Gehen wir mal auf Sonntag. Immer noch so. Montag nix. Dienstag Rampenlichtstunde Pico Chiller. Dann kommt Evil Tal rein. Ab Dienstag, ab 27. September, kommt Evil Tal ab Dienstag diesmal. Dienstag Wechsel. Raid-Stunde Evil Tal am Mittwoch, 28. Wir brauchen noch hier Fashion Week. Am 29. startet die Fashion Week Event. Aber guck mal, wie lange das dauert, bis ich das jetzt finde. Extra so. Obwohl, ne, ihr habt ja diese englische Grafik auf Twitter. Wenn ihr keinen Twitter habt, müsst ihr euch extra Twitter zulegen. Damit ihr diese Grafik seht, wo ihr im Englischen schon seht, wann welches Event beginnt. Und könnt hier dann nur noch nachlesen, ob es jetzt News dazu gibt. Also ich finde es auf jeden Fall sehr kompliziert und sehr eigen. Und gefühlt haben wir jetzt dann gar nichts mehr. Weil jetzt ist ja, wir sind ja bald am Ende. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Das Video geht jetzt auch schon so lange und ist so kompliziert. Andere wilde Pokémon erscheinen. Je nachdem. Mit dem Wechsel der Jahreszeit tauchen weltweit andere wilde Pokémon auf. In den Lebensräumen. Städte, Wälder, Gebirge, Strände, Gewässer, Nordhalbkugel, Südhalbkugel. Das kann man sich ja alles hier in Ruhe mal durchlesen, wenn man Zeit hat. Oder mein Favorit bei Städte ist... Bichtl. Macholo, Magnetilo. Bei Wälder mein Favorit ist... Pfff. Nix. Bei Gebirge mein Favorit ist... Uh, Relaxo und Capuno. Snibel auch ganz cool. Strände und Gewässer. Mein Favorit ist... Ich sag einfach Euro. So. Nordhalbkugel. Südhalbkugel. Nordhalbkugel Sichlor brauche ich noch ein paar Bonbons Südhalbkugel Kindwurm Ist ja auch Stark, ja, habe ich nicht Ach, Dratini, hier sind Dratini noch dabei Habe ich gar nicht gesehen Dann folgende Pokémon schlüpfen in dieser Jahreszeit Aus Eiern, ich glaube nicht, dass ich da viel tut Ihr habt die 2 Kilometer Eier wieder Ihr habt die 5 Kilometer Eier Ihr habt Rabauts, Shiny, wenn doch keinen Zeit Die 10 Kilometer Eier Galapafloss, Flapdarex, brütet mehr 10 Kilometer Eier Wer Galapafloss und Flapdarex noch braucht Ihr habt hier 5 Kilometer Eier Aus der Wochenbelohnung Ich frage mich immer noch, wann Shiny beim Faxo kommt Wer Riolu möchte Der muss auch auf die 10 Kilometer aus der Wochenbelohnung Zugreifen, aber da ist auch Tarnel drin Das sieht auch gut aus Und das ist der Punkt eigentlich, weshalb der Titel auch entstanden ist Die Jahreszeiten Boni Hat überhaupt jemand bisher her geguckt? Ich weiß es nicht, es ist schon wieder ein Krampf Das alles zu machen Erhöhter Schaden durch eigene Pokémon Hier items aus Forschungsdurchbrüchen Und der beste Punkt Bis zu 2 kostenlose Raid Passe pro Tag Für das Drehen der Fotoscheiben von Aren Das war in der Season vor der letzten So ist jetzt auch wieder so Und dazwischen hatten wir also diese 2 Spezialtrades 2 kostenlose Raid Passe pro Tag Finde ich genial Und Ihr kriegt ja aus dem Feldforschungsdurchbruch Einmal pro Woche Nochmal einen zusätzlichen Gratis Na gut Ein Premium Raid Pass dazu Also Macht auf jeden Fall Bock GoKampfliga Müsste zum jetzigen Zeitpunkt nochmal ein eigenes Video kriegen Aber komm wir rotzen Setzt noch schnell durch Ich werde diese 2 Seiten Diese 2 Artikel Unten in der Beschreibung eh verlinken Dass ihr das in Ruhe alles durchlesen könnt Denn die GoKampfliga startet ja auch wieder Am 1. September Geht 3 Monate Und hier habt ihr die einzelnen Äh Was gibt es alles 1. September bis 8. September Superliga und Mini Dschungel Cup Remix 8. September bis 15. Superliga Psycho Cup 15. bis 22. Hyperliga Wetter Cup 22. bis 29. Hyperliga Hyperliga Premier Classic 29. September bis 6. Oktober Meisterliga und Meisterliga Premier Classic Dreimal zu viel Staub 6. Oktober bis 13. Meisterliga Entwicklungskup 13. Oktober bis 20. Super-Hyper-Meisterliga 20. Oktober bis 27. Superliga Halloween Cup 27. Oktober bis 3. November Superliga Halloween Cup Hyperliga Edition 3. November bis 10. November Hyperliga Willenskraft Cup 10. November bis 17. November Hyperliga Hyperprämie 17. November bis 24. Meisterliga Element Cup Remix 24. November bis 1. Dezember Meisterliga und Fang Cup Jahreszeit des Lichts Edition Zusätzlich gibt es Kampftage wieder Am 1. Oktober gibt es einen Kampftag da könnt ihr an diesem Go-Kampftag könnt ihr euch einen Teil des Bromley Outfits für euren Avatar erspielen 4 mal so viel Staub 100 Kämpfe es gibt eine befristete Forschung dazu am 6. November einen Go-Kampftag mit Miltank auch an diesem Go-Kampftag dreht sich alles um die Milchkuh um das Milchkuh Pokémon Miltank auch 4 mal so viel Staub 100 Kämpfe Miltank ist erhöht als Shiny ihr wisst ja wie so ein Kampftag abläuft aus jedem Set kriegt ihr die ganze Zeit Miltank hinterher geschmissen in jedem Kampfset ist die erste Siegesbelohnung für Standardkämpfe eine Pokémon Begegnung die zweite bis fünfte Belohnung für Siege bleibt unverändert Miltank erscheint garantiert bei den Belohnungsbegegnungen eine befristete Forschung auch wieder dazu und dann habt ihr hier noch eine Übersicht was welches Pokémon bei welchem Rang ihr garantiert dann einmal bekommt was sonst für Pokémon in dem Pool drin sind dass ihr ab Rang 3 wieder dieses Wrestler Outfit bekommt auf Rang 19 gibt es eine Top-Lade-TM und eine Top-Sofort-TM als Belohnung zum Saisonende die ganzen einzelnen Cups sind auch nochmal hier aufgelistet was das ist was damit reingehört hier steht auch Molung dabei dass es nicht teilnehmen darf kein Molung-Club also Psycho-Cup ohne Mewtwo Kup ah Willenskraft-Cup ohne Gardevoir-Element alles wieder kein Molung also Molung ist der schwarze Peter darf nämlich irgendwie nirgendwo mitmachen und ganz viel jetzt hier ein Attacken-Update welche Attacken sich alle geändert haben und wer jetzt welche Attacken erlernen kann und was für Attacken jetzt welche Auswirkungen und welche Schäden machen und das ist viel zu kompliziert und viel zu lang also wer sich für GBL interessiert der wird das wahrscheinlich eh schon selbst gefunden haben ansonsten verlinke ich das mal unten in der Beschreibung oder dem Video und diese Seite von der von der Go Season jetzt von der Season of Light verlinke ich auch mal unten die aktualisiert sich ja immer und ich glaube jetzt ist hoffentlich bitte alles gesagt so langes Video 20 Minuten nur dafür dass man sagt dass es jetzt zwei gerade Straight Passe gibt das war es von meiner Seite aus Peace out for Haut euer Ramses also ab morgen dann morgen auch wieder kommt Unity Raid mit Dioxys der erste Dioxys der aufgeht den mache ich ohne zu wissen was es für eins ist ihr könnt dabei sein tragt euch dann ein wenn ihr seht dass im Community Tab Dioxys gepostet ist bis dahin Peace out for Haut euer Ramses und ciao